Die Ankunft auf Itorash, der Himmelsfestung des bösartigen Ravenbeak, markierte das Ende der letzten Folge. Nun hier, in Folge 20 stehen wir nun mit in der Festung auf Itorash. Ihr lieben Leute, damit begrüße ich euch hier. Folge 20 von Metroid 3. Ich bin auch wie Vokoran und ich spiele hier diese zierliche Weltraumschönheit. Und ich hoffe, ich spiele besser als in der letzten Folge, denn diese letzte Folge war tatsächlich alles andere als elegant. So, was ist denn hier? Was ist das? Ah, von hier hat er alles observiert, ja? Das ist in einem perversen Studio sozusagen. Der hat alles geguckt, was Sache ist und so. Hat wahrscheinlich auch die Kontrolleinheiten der IMMI da gesteuert. Der Flere. So, wo ist er? Kommt hier schon in... Echt? Kommt hier schon, das war's schon. Das ist Itorash, schön. Schöner Ort jetzt, äh, einmal... Oh, ist schon? Oh, ist klar! Da wär ich dann... Ach nee, ernsthaft? Ach, wie cool. Ich darf mich einmal noch in mein Ringebähtchen... ...hinein versetzen lassen. So, bitte einmal schön anschmeigsam mich hier schön einmal abscannen. Jawohl, und dann durchgehen. Was ist das? Was macht man hier? So, was muss ich den hier machen? Oh, ja! Ich muss einfach alles kaputt machen, ne? Das mach ich gerne. Alles zerstören. Jetzt nochmal mit der Kapsel nach oben fliegen, oder? Aufzug, ja. Alter, das sieht so krank nach Ende aus, oder? Wenn man schon mit Raumkapseln nach oben gefeuert wird, dann auf solchen Hebebühnen da... ...gen Oberfläche fliegt, und dann noch eine Adams-Station? Ernsthaft? Dann werden sie geladen. Es scheint, als hätte deine Metroid-DNS bewirkt, dass du zu einem Metroid wurdest. Normalerweise hätte das sofort nach der DNS-Transplantation geschehen müssen. Das ist offenbar nicht der Normalfall, ne? Meine Toa-Gene müssen den Prozess verlangsamt haben. Die Toa waren der einzige Stamm, der die Metroids kontrollieren konnte. Aha. Auch wenn du ihre DNS besitzt, so bist du doch keine Toa. Deine physische Kraft liegt nahe, dass du auch Norkin-DNS besitzt. Ja, kann... ...plötzlich sein. Metroid wurde darauf programmiert, Norkin als Feinde zu erkennen. Daraus schlussfolgere ich. Ja, was? Ja, was? Dass deine Metamorphose wahrscheinlich durch Reden-Geeks-Angriff ausgelöst wurde. Seine Präsenz hat den Metroid-Killer-Instinkt in dir erweckt. Krass, aber dafür haben wir doch relativ oft gezögert. Und haben doch viele verschont. Ich frage mich, was für DNS haben wir denn überhaupt alles an uns? Was ist mit unserer Mutter gewesen? Die wäre ja richtig frivol gewesen, dass wir jetzt sowas geworden sind. Seitdem hat sich deine Metamorphose beschleunigt und ist jetzt unkontrollierbar. Das klingt gut. Du bist jetzt ein Metroid, Samus Aram. Deine Existenz ist eine Bedrohung für die Galaxie. Sag doch sowas nicht, Adam! Dennoch gibt es keinen Grund zur Sorge. Du kannst immer noch zum galaktischen Frieden beitragen. Du musst nur deine neuen Kräfte richtig anwenden. Okay, und wie geht das? Wie konkret? Befolge meine Anweisungen weiterhin so treu wie bisher. Das reicht schon. Mehr musst du nicht tun. Dein Auftritt hier auf ZDR war höchst zufriedenstellend. Und zudem hat er wie erhofft auch deine Metroid-Kräfte erweckt. Es war richtig, dich bei unserer ersten Begegnung leben zu lassen. Der fürchtige Eindruck hat mich nicht getauscht. Runterwirf dich und übergib deine Kräfte. Nur mein Plan kann Ordnung in der Galaxie herstellen. Ergib dich deinem Schicksal. Samus, das ist ein Befehl. Ungehorsam wird nicht gehuldet. Ungehorsam wird nicht gehupt. Grundgültiger. Welche Offenbarung. Was kommt jetzt? Alter. Okay. Hahaha. Okay, da kommt ein harter Angriff. Ei. Kann ich nicht kontern, ne? Was ist das für eine Sphäre? Ja gut. Das lief schon mal optimal. Also das war schon mal ein sehr, sehr guter erster Eindruck von dem Kampf. Der mich jetzt wahrscheinlich die nächsten zwei Stunden lang heimsuchen wird. Na ja, ich glaube 100 Versuche werde ich schon hinkriegen. Ja. Ei, ei, ei. Kann man das schnell überspringen irgendwie? Ich will einfach nur in den Kampf rein. Ich, ich, ich spüre, ich spüre ganz manisch, dass wir hier wahrscheinlich alles mögliche noch sammeln müssen. Okay, dann müssen wir nämlich gleich irgendwie... Er hat eine Sau-Reichweite, der Typ, ne? Okay, okay, okay. Was heißt das? Er verändert auch seine Farben. Was macht man falsch bei ihm? Alles, ne? Rave Week! Was ist denn das für ein Kampf? Okay. Er macht Verschiedenes. Aber ich hab's noch nicht zu 100% rausgekriegt, was das alles überhaupt darstellen soll, was überhaupt mit mir passiert. Deshalb den Aufzug werden wir höchstwahrscheinlich uns noch öfters gönnen müssen. Aber es ist okay. Es ist okay. Kein Grund, hier die Geduld zu verlieren. Manch einer schafft das ohne zu sterben. Okay, wenn er so zieht, kann ich die Kugel vielleicht auch irgendwie wegknallen? Da lädt er auf und schlägt zu. Okay. Das verstehe ich nicht. Da muss ich mich... Ach, doch muss ich mich... Oder in meine Ballform gehen, ne? Okay, das ist das hier. Und dann muss ich weg. Und zwar so oft weg, wie es geht. Weil es geht ja gar nicht, alter. Immer auf Abstand bleiben sonst, ne? Ja. So viel zu Abstand. Ich weiß aber auch nicht, was effektiver trifft. Der normale Beam, aufgeladen mit Raketen, ohne Raketen. Äh, Powerbomb, Bomb, irgendwas. Spider-Net, Netbomb, Bomb-Ball-Ball. Wir haben so viel Zeug und der ganze Körper so modifiziert. Da wird uns irgendwie groß erzählt, wir sind in Bedrohung. Metroid, der knirscht uns so einfach. Zwischen seinem, äh, seinem Schnäbelchen. Der Piepmatz. Erstmal auf Distanz bleiben, das ist, glaube ich, ganz gut. Er färbt sich. Okay, das ist da, das ist problematisch. Das kann ich mit dieser Sphäre machen. Doppelangriff, dreifach Angriff sogar, cool. Nur feuern ist, glaube ich. Ja. Okay, 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 okay. Man, ume da. Ich freu ihm einfach, ich freu ihm den Sack weg, ne? Jetzt ist er, jetzt ist er golden, oder was ist das denn für ein, für ein komischer... Ah, okay, die kann ich zerstören, die Sphäre? Na gut. Ah, okay, okay. Wenn er auflädt, macht er den. Was mache ich, wenn er golden ist? Kann ich da nur schlagen, oder... Muss ich ihn streicheln, muss ich ihn küssen, oder sowas? Ist das jetzt, ist das irgendwie eine neue, neue Art, mit ihm umzugehen? Ist ja unser Vater, ne? Wir haben ja jetzt gefahren, unser Vater. Vater hat Vögelchen. Hat er uns auch aus dem Ei gedrückt, irgendwie? Aus dem... Vögel haben ja Kloaken, ne? Also die können ja nur ein Geschäft gleichzeitig machen. Also, beziehungsweise die laden ja immer gleich raus. Vielleicht bei ihm auch der Fall. Ich weiß es nicht. Der ist einfach der Entgegner. Der ist viel zu leicht für mich. Hiya! Hoah! Okay. Oh, nee. Komm, losch doch mal, losch doch mal, du. Oh, gut, 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 gut. Nicht hier den Brecher machen. Hoah, hiya! Hm! Okay, dann kann man... Was ist das? Was passiert da gerade? Du bist so ein Clown, ey! Wie treffe ich ihn da? Ich weiß nicht, wie ich ihn zu treffen habe. Ah, ich weiß es! Nee. Nicht mal meine Superbombe! Ich kann doch nie mehr springen. Ich bin einfach nur schwer behindert gerade. Meine Ege ist Kraft. Kann ich damit was machen? Auch nicht, ne? Ich kann auch nicht mal was scannen. Alter, du machst mich echt krankenausreif. Alter, du... Ich treffe ihn nicht. Er hat mir Bomben gegeben. Oh, yeah! Aber wir kommen der Sache näher. Habt ihr das gesehen? Ich hab zwar schon keine Hände mehr, die sind jetzt komplett schon verdroschen. Ich hab mir schon meinen rechten... Mein rechter Daumen, wo ich mich jetzt primär spiele, der ist schon gebrochen. Mehrfachfraktur. Aber es ist ein guter Endgegner, der macht Spaß. Ich hoffe, der hat noch 15 weitere Phasen. Jetzt aber erstmal wieder aufhelfelt. Man kann... Man kann ihn scannen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh... Was ist das für ein furchtbares... Etwas, dieses Wesen. Okay, da hätte ich weiter weg gemusst. Macht aber nicht so krass Schaden, dass man da überhaupt nicht mit klarkommt. Alter! Den würde ich gern condon können. Hab ich gedrückt. Ich hab gedrückt, du! Ja gut, das hab ich jetzt schon gleich zu Beginn verkackt, ne? Kann ich jetzt noch ein paar eisige Schritteinheiten geben? Okay. Jetzt ist das... Das ist gefordert aber, ne? Deshalb die Farbe. Auch der ist dieses komische Goldschimmer, ja? Dann muss ich die Bombe knallen. Wenn die Bombe geknallt ist, wie so ein Knallteufel, die ich ihm in die Fresse haue, dann ist dieser Schimmer weg, diese Zauber, diese Fäden, Aura oder was auch immer das ist. Dann kann ich den Krankenhausreif schießen, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Ich weiß es nicht. Aber wir werden es sehen. Aber erst... Das Problem ist, man muss ihn erstmal dazu bringen, dass man in die Kugelform kommen kann. Ne? Ich spiel jetzt auch mit dem Handicap, dass mir wahrscheinlich 15 Energietanks fehlen, die man eigentlich brauche, um mir überhaupt die erste Phase zu überstehen. Ach, hei jee. Ah, du Kackmensch, ey. Ehrlich. Das ist ja kein Mensch. Das geht ja... Ne, die Kugel. Die muss ich irgendwie kaputt machen erst. Fuck. Ah, und auch das noch. Wird immer schlechter. Also ich, äh, degeneriere im Laufe des Kampfes. Wie viele Anläufe wird man brauchen? Ne? Es hat, er hat, hat so ein bisschen den Dark, Dark Souls Flair gerade. Allerdings, ähm, ohne das ständige Backtracken und, äh, Weg immer und immer wieder beschreiten, ist schon intelligent gewesen, den Kampf in eine Folge zu setzen. Wird eine sehr lange Folge entsprechend. Okay. Okay. Das ist halt fies, die Kombos, was? Okay. Ey, den hab ich sowas von reingesemmelt gerade. Du. Dreckskerl. Ne. Keine Chance. Alter. Hohoho. Ich drücke wie ein Weltmeister. Also. Ah, hab ich jetzt an, an Bannerung? Ne. Was macht der? Muss ich hin dir ran? Der macht sich doch lustig über mich, ohne Scheiß. Ich kann noch nicht durch seine Beine durch, ne? Also, die Goldform, verstehe ich noch nicht. Homing Missiles? Geht das nur mit, äh, Raketensturm? Sturm, 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 Raketen oder, äh, Strom, Stromattacke da oder sowas? Meine Güte. Oder gibt's vielleicht irgendwo noch ein Power-Up, was man braucht, um da noch besser anzustinken gehen? Ey, mir geht's auch echt auf der Hand, das Spiel, ne? Das ist halt die, das ist die Scheiße. Und manchmal hängt man einfach fest. Ah, krass. Ja, klasse. Kann man den, die kann man aber auch nicht kontern, ne? Vermut' ich mal. Ne, boah, viele. Da muss man sofort rüberspringen. Und den darf man nicht abkriegen, sonst hat man verloren. Ach, kacke. Komm. Ich geb' ja schon auf, bevor ich angefangen hab. Okay. Aber ich hab's gefordert. Ich hab's schon immer wieder im Projekt gefordert, dass ich die Herausforderung brauche. Deshalb, ich nehm's auch an. Ich nehm's an. Oh, und jetzt, ich weiß nicht, die Demütigung jetzt nochmal zurückzukehren und weitere, ähm, Energie-Container zu suchen. Ich glaub, das kann, ne, das kann ich nicht. Das geht nicht. Weiter. Da ist eine Leiste komplett weg, wenn ich in der Ecke hab. Drei, vier, 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 okay. Ne, keine Chance. Alter, das ist es nicht. Da muss man rüber. Das ist der beste Angriff, den er starten kann. Tatsächlich. Und jetzt bin ich geliefert, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Keine Ahnung. Ach, das ist der wieder. Oh, vergiss es doch nicht, guter Angriff. Lass dich doch von ihm nicht so krass vernichten. Auf Distanz bleiben, bis er diesen Angriff macht. Das ist die Devise letztendlich. Was ist das? Ah, oder wenn er fordert, muss ich... Kann's sein, dass ich dann auf ihn schlagen muss? Ist es das? Krasser Scheiß. Puh! Was für ein Kopf! Ich stelle mir gerade vor, ich habe einen 5-jährigen Sohn, der gerade seine Nintendo Switch gekriegt hat. Und ich kaufe ihm ein Metroid Dread. Hätte ihm dann lieber wahrscheinlich Mario und Rabbids oder sowas kaufen sollen. Oder keine Ahnung, Puyo Puyo oder so ein Kram. Oder Tetris. Wobei, nee, das frustet auch. Aber es geht, es geht. Der Frust wird weichen, wenn wir es geschafft haben. Was mich eigentlich am meisten irgendwie so wurmt, ist die Tatsache, dass ich so viele Versuche brauche. Oh, das war der... Ach, vermaledeit. Ich dachte, jetzt kommt der mit seinem aufgeladenen Scheißansiff. Oh, jetzt werde ich ausfallen. Ich muss aufpassen. Das ist es, was ich nicht wollte. Ich werde ausfallen. Jetzt habe ich die Konzentration weg. Das geht gar nicht. Oh, Manometer. Okay, okay, okay. Ich verstehe nicht, wie ich das eben gemacht habe. Wie habe ich ihn getriggert gehabt? So nicht, auf jeden Fall. Nein, komm schon. Nein, scheibenkleister. Okay, okay, okay. Fokussieren. Gedanken fokussieren. Auf den Kampf. Nicht ausfallend werden, Kodanlo. Das ist wichtig. Sei Herr deiner Worte. Hirnwellen synchronisieren auf diesen Kampf. Nicht in die Gosse hinabstürzen währenddessen. Dein Mundwerk steht unter Kontrolle. Ich habe es doch schon vermutet, dass das kommt, Mann. Insgeheim habe ich es mir auch gewünscht, aber es ist dann doch schon nicht so ganz geil. So, jetzt war ich schon ganz gut dabei. Also die erste Phase geht tatsächlich. Jetzt ist halt das Problem, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und da würde ich mir auch eine Hilfe, eine Hilfeleistung wünschen vom Spiel. Das war das. Das ist die einzige Form, ihm zu schaden. Ich habe es schon krass gemacht, muss man sagen. Ah, okay. Ist ja nackig. Alter, wie lange setzt ihr das denn noch fort? Er macht auch Schaden in der Form, okay. Keine Chance. Das ist ja wahnwitzig. Immer schön in Motion sein, Kurano. Ist ab einem gewissen Punkt nicht mehr ganz so leicht. Da verliert man... Verliert man es dann tatsächlich. Nee. Alter Falterverwalter, mein Güte. Krass. Krass, 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 krass. Lange nicht mehr so gefordert gewesen vom Spiel, muss ich sagen. Vor allem, das müssen wir immer und immer wieder machen. Immer und immer wieder. Okay, okay, okay. Ich überlege immer noch. Mache ich das so, oder gehe ich backtracken und sammle mir noch irgendwelche Container? Ich versuche es jetzt noch ein paar Mal und gucke dann später nach. Ihr könnt ja skippen. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, lass mich doch einfach nur rüber. Okay. Dann haben wir den da. Heißt das hier eigentlich nur durchhalten, ne? Heißt durchhalten. Sehr cool, wenn er da irgendwie... Weiß ich nicht. Oh, komm schon. Sei mal ein bisschen zärtlicher. Krass. Das Timing muss perfekt stimmen. Naja, es ist der letzte Endgegner, ne? Und dann knall ich ihm da. Die Raketen um die Nase. Ach, krass. Alles klar. Okay. Ich verstehe. Ich muss trotzdem genug Treffer landen, dass er in den Modus geht, ne? Ja, den... Ich verwechsel den immer mit dem anderen Angriff. Den, wo er die Wellen schießt. Komm, lass mal ab. Raketen, 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 raketen. Ich verwechseln. Oh, hm, 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 hm. Jetzt kommt aber die Kackform. Das ist bestimmt jetzt die vorletzte. Das wird doch noch was ganz Großes. Okay. Ich weiß den damit nicht umzugehen. Ah, er wird zu Ridley, ne? Oder sieht so aus zumindest. Das ist meine beste Chance. Da darf ich nicht zu weit weg sein. Okay, der ist fies. Das ist der ätzendste Angriff, den er drauf hat. Das ist fies, wenn er an der Wand steht. Okay, wenn er runter geht. Kann man da kontern vielleicht? Komm schon. Wenn er runter geht, ist der Move dran. Ah, okay, er ist unten in Gudan. Du passt doch auf. Hätte ich bestimmt kontern können, ne? Du Dreckskel. Ernsthaft, nochmal? Was ist das? Alles klar, alles klar, okay. Boah, meine Fresse. Wow, 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 die Dau, die Dau, die Dau, die Dau. Puh, nochmal alles? Alles? Wirklich? Alter Verwalter. Okay. Ja, ja, es ist noch okay. Ich schwitze wie getötet. Also, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, geistig bin ich schon nicht mehr lebendig. Das Gute ist, er wird leichter. Also, die Phase macht mir schon nichts mehr. Das geht, auch der Vogelmodus danach ist jetzt nicht das, wo man sagt, ja, ey, ey, nicht zu bezwingen oder so, ne? Aber der Letzte? Wirklich, man muss nur die Kontenance warnen eigentlich, aber wie will man das bei dem ganzen Stress, ne? Und dem, und diesen Move. Raketen. Raketen, Raketen. Vogelmodus? Kann ich das überspringen? Ja. Okay, er war schon unten, das ist nicht gut. Nein, 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 bleib mal, geh mal hoch, du Dreck. Na, komm schon. Ich würde dann nur jetzt bitte nicht so einen Müll machen. Alter, das ist ja echt nicht zu glauben. Nee. Wobei, da könnte ich mich in die Kugel vormachen, ne? Kann das sein? Bringt mir jetzt wahrscheinlich eh nix. Aber wenn ich mich da bücken könnte, dann wäre das eigentlich gar nicht so schlimm. Jetzt hat er mich, aber ich mag es aber trotzdem nochmal. Wie gesagt, das wird eine lange Folge, ich mache das jetzt einfach, bis ich das geschafft habe. So. Trotzdem sage ich das, auch wenn es den ganzen Tag dauert. Wobei, ne, ab einem gewissen Maß habe ich dann wahrscheinlich kein Wort mehr und denke mir dann, ja, willst du nicht doch nochmal ein paar Energiecontainer sammeln? Mal gucken, ob ich da überhaupt darauf noch gebracht werde. Mal schauen. Noch bin ich ihm zu leicht. Also ich würde mir da noch ein bisschen mehr wünschen von. Ah, jetzt kommt das, selbst solche simplen Moves fallen mir schon schwer. Ey, spring doch mal über ihn, du! Oder den, den würde ich gerne kontern können. Ach, Kurango. Mach doch nicht. Ich mache alles immer schlimmer noch, ne? Das war schlimmer als es ist. Ich verkack's beim ersten schon wieder. Komm her. Ich hoffe, dass ich beim Vogelmann womöglich doch in die Hocke gehen kann, um ihn dann zu parieren. Das wäre eigentlich schon ganz gut. Oh, komm. Das ist ja eigentlich ganz leicht zu parieren, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man da große Probleme hat. Man muss nur konzentriert sein. Und nicht so doof sich anstellen, wie ich es tue. Ich hoffe tatsächlich immer insgeheim, dass ich irgendwie die Möglichkeit habe, ihn dann doch noch zu parieren. Das riecht ja immer so danach aus, ne? Nee, da kann man also auch nicht in der Ducke. Ach komm, der ist jetzt ja wohl nicht so schwer. Doch, es geht. Der sieht echt immer aus wie Ridley, ne? Das wär's doch wieder! Verdammt! Wenn er in die Hocke da geht. Ich glaube, das soll so ein bisschen dieses Feeling geben. Oh, ich glaube, mein Zimmer fällt schon auseinander. Wahrscheinlich, äh, die Zimmer, die Temperatur hier, die geht so in die Höhe. Ich will den schaffen! Also ich mach das, ich mach das wirklich jetzt so wie, als gibt's keinen Morgen mehr. Diese Fahrstuhlsequenz kann man ja auch... Es wäre so ein Quick Save, würde ich mir wünschen, dass ich nicht immer, immer 165.000 Mal alle, äh, Anfangsformen machen muss. Das macht auch nur noch so'n Scheiß, ne? Ach so, da kommt das. Aber man muss hier doch echt offensiv ins, ins Ding ins hier hauen, ne? Ah, der ist jetzt... Ich denke mal, er lädt jetzt auf, um den, äh, Move von da hinten zu machen. Und da kriegt er mich trotzdem. Ah, der macht... Muss man doch irgendwie zweimal dann weg, wahrscheinlich. Und dann, ja, zweimal muss es sein. Und das... Ich werde... Den werde ich mir niemals merken können. Ja, klar. Ja, ich häng fest. Ich komm gar nicht mehr weg hier. Hilfe, ich kann nicht mehr springen! Ich bin schwerst... Schwerst lädiert. Ja. Vor allem jetzt nur noch mit den zwei Containern hier irgendwie ranzuhammeln, so. Ja gut, das können wir schon... Man muss komplett in der Kugelform sein, ne? Ich würde mir hier insgeheim wünschen... ...dass ich, äh, zumindest irgendwie noch Energie kriegen könnte. Keine Chance. Okay. Nochmal die Karten neu sandieren. Ich überlege jetzt gerade tatsächlich, ob ich backtracke und mir Kanister hole da. Damit's ein bisschen, äh, humaner wird. Denn ich seh da oben, da ist doch einiges zu tun. Ich will das aber... Ich will das aber nicht extra nochmal... Ich will das schon... Ich will das schon schaffen jetzt eigentlich. Ich bin da wirklich... Ich bin da jetzt richtig, äh, Feuer und Schlamme, dass ich das Spiel durchspiele. Es ist ja... Ohne Witz, wenn man da mit bisschen grübsch dabei ist bei der Sache. Dann geht es ja. Der letzte, der letzte Sprung immer. Immer auf Distanz. Das ist so die Devise letztendlich bei uns. Achso. Achso, der kann ich... Ah, okay. Komm, triff auf die Kugel. Der Move. Das ist der Move schlechthin von ihm. Komm. Du Dreck. Du Holland-Dreckskill. Alter, meine Hände. Ich hatte mich gewundert, warum man so viele Raketen braucht im Spiel, ne? Kann das sein? Der mobbt mich. Und so krass wie selten jemand zuvor. Nochmal. Nochmal. Okay, okay, okay. Jetzt bin ich mit voller Energie durch. Das Problem ist, dass jetzt mit diesem Vogel in Form kommt da noch einer. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Meter. Ne. Ich komme nicht so schnell in diese Form. Boah, verdammt nochmal. Da kann ich ihn bestimmt richtig geil wegknallen, ne? Da ist es am besten, nah dran zu sein. Oh, fies ist das. Kannst du auch was anderes machen, als mich zu nerven? Ich krieg's nicht hin. Ich bin einfach zu langsam mit dem. Jawohl. Das kennen wir ja auch schon. Machen wir weg. Ah, ja. Okay, schön. Den kann er ja auch noch. Gute Handlung. Okay, da kann ich offenbar nichts gegen machen. Aber dagegen. Ne. Keine Chance. Ich mach's wie folgt. Ich backtracke ein bisschen. Ich setze hier ran. An die Folge, äh, knall ich noch einen ran. Beziehungsweise ich, äh, ich glaub, ich glaube, ne? Also ich, 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 ich schaff's. Ich weiß, ich weiß sonst nicht, wie ich's machen soll. Ähm. Ich such mir ein paar Kanister. Und später sind wir hier wieder. Und, äh, ja. Der Kampf wird dann besser aussehen, hoffentlich. Also dann, bis gleich. Zurück auf Itodash. Sehen wir uns nun wieder. Mit der größten Gefahr. Bisher konfrontiert. Konfrontiert. Allerdings mit ein wenig mehr Energie, ihr lieben Leute. Ich bin zuversichtlich. Wir können das jetzt vielleicht schaffen. Ich wage es zumindest. Noch einmal. Also. Rauf auf den Fahrstuhl. Hoch hinaus. Und dann wird Ravenbeak nun hoffentlich bald mal fertig gemacht. Und dann wird er wieder gerupft. Der Gute. Ihr habt gesehen, ich hab einige Container noch gesucht. Per Anleitung. War nicht schön. War auch nicht, äh, sehr erquickend. Aber musste sein. So. Okay, wir gingen ja nochmal. Moment. Ich bin so viel rumgelaufen. Aber ich habe irgendwie gar keinen Respekt jetzt mehr. Wirklich. So viel Energie. Haha. Und ich glaube, dass wir wirklich diesmal gefeiht sind. Und es schaffen könnten. Jawohl. Also. Wir geben alles. Er ist in seiner Superform. Also die Rüstung trägt er schon mal. Ei, ei, ei. Aber wir wollen natürlich dennoch nichts riskieren. Und machen es trotzdem. Ich habe es euch gesagt. Also der Move, der wird mich noch lange verfolgen. Komm her. Das sind vier Raketen. Ich habe, wie gesagt, nur die Energieeinheiten eingesammelt. Weil ich dachte, alles andere muss vielleicht nicht sein. Jetzt habe ich irgendwie was verkackt, glaube ich. Jetzt aber. Vole Konzentration. Oh, komm schon. Ja, diesmal habe ich ihn, habe ich ihn gesehen. So, mein Freund. Oh. Jawohl. Rakete noch und nöcher, noch und nöcher, noch und nöcher. Gibt es denn noch mehr, was wir austeilen können? Ich glaube ja nicht, ne? So. Vogelform. Vogelform ist alles okay. Legt dir noch ein paar ab. Akurando. Nicht überschwänglich werden. Ah, verdammt. Das war unbedacht. Er hat es echt geschafft, mich zum Fluchen zu bringen, der Endgegner. Das passiert nicht ganz so häufig. Ist so zumindest lange her. Okay, jetzt wirtschaftet er mich aber doch noch runter. Weil ich einfach das Timing nicht lernen werde. Aber das wird auch nicht mehr geschehen, glaube ich, groß. Na komm, das ist immer die beste Gelegenheit, die wir haben. Ihm richtig noch ein paar zu verpassen. Komm schon. Komm schon. Jetzt wollen wir aber nicht noch auf den letzten Metern hier richtig schön ganz kaputt gehen. Jetzt will er es aber auch echt wissen, ne? Jawohl. Komm. Wir sind ja hier noch. Und jetzt kommt die letzte Phase. Und da müssen wir nochmal alles geben. Auch wenn es schwer fällt. Da weiß ich, die Sphäre kann einiges daran hindern. Habe ich jetzt gelesen gehabt nochmal. Okay, der Strahl ist hart. Da gilt es einfach nur auszuweichen, ne? Dem wollen wir nicht nochmal zum Abfall. Das gibt uns nochmal einiges. Der Angriff ist auch bekannt. Ei, 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 ei. Der tat weh. Oh, Samus. Sphäre wird vernichtet. Das hatte ich Gott sei Dank noch gelesen. Sonst wäre ich jetzt hier mehr als geliefert. Oh, vermaledeit nochmal. Oh, jetzt will er uns aber auch nochmal richtig schön hier in die Ecke treiben. Du mistiges Stück. Ah, nein, 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 nein. Nicht mit mir. Nicht noch einmal so. Diese Tour will ich nicht mehr. Wow. Okay, 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 okay. Okay, der Hand. Jetzt aber. Nochmal? Komm schon. Nein, 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 nein. those that are the two that they will again it will again that will be the two that are done don't react to it you shall not act out but you shall see it and these two that are fast they will again and we shall also Das ist ein Geist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Noch immer ist die Spannung in meinen Knochen am Vibrieren Und ich weiß gar nicht, was jetzt noch kommen mag Und wir sehen deutlich verändert aus So viel steht fest So viel steht fest So eine wahre Form Aber wir müssen noch einmal laden Hä? Wie ging das nochmal? Okay, gut Wir müssen schneller sein Ich hoffe, wir müssen nicht alles nochmal neu machen Ich muss jetzt Einmal noch gucken Wir müssen den Omega Blast wahrscheinlich richtig gut positionieren Und da nochmal raushauen Das war jetzt unerwartet Aber gut Welche Tasten soll ich nochmal drücken? Wie war das nochmal? Ich hoffe, ich krieg's hin Ah, einfach nur ein Schrei gerückt hat Okay Gegenhalten So gut es geht Und offensichtlich Hat das sogar gereicht Kurzzeitig dachte ich Die knallen uns jetzt wirklich hier noch Den wahren Boss hier rein So, wir sind auf Hanubia Und müssen Von hier aus Äh Unterm Schiff kommen Also da oben lang Und das Innerhalb des Zeitlimits Ähm, ja Okay, okay, okay Hier hoch Da muss man sich auch erstmal orientieren können, ne? Ah, hier, wir können immer nur so kurze Schüsse hier Ah, ne, wobei Das geht schon Alles bricht zusammen Wir haben die wahre Macht aber in uns Und müssen jetzt voll Kommend noch einmal durch Oben langes Screamer hin Wenn man einmal weiß Wo es lang geht Ist alles okay Wir müssen uns ja nicht mehr Mit großen Kämpfen hier Aufhalten Komm her Oh nein, komm Was? Äh, hier nicht Also müssen wir unten lang Äh, okay Moment mal W-Warum? Geht das nicht? Ähm Ja, Moment mal kurz Welchen Weg wollen sie uns denn sonst vorschreiben? Wir müssen doch hier oben hin Hyperbeam Zugang verschlossen Verschlossene Schleuse Zugang verschlossen Äh, äh, was ist denn Was ist denn ein Alternativ? Hier unten da? Geht's da? Geht's da lang? Äh, jetzt verkacken wir doch auf ganzem Stück hier, oder? Ach, da ist ein Riss entstanden Boah, ist ja eigentlich Sau fiese Tour Uns da noch so was vorzusetzen Komm schon Eine Minute noch Wir müssen nicht hoch Da hätten wir uns eigentlich noch durchknallen können Aber es bleibt eigentlich nur der Weg hier hoch Wirklich viel Zeit bleibt Aber allerdings jetzt auch nicht mehr Da ist es Tu es nicht Das wird die Energievorräte des Schiffs vernichten Ich muss sehr, gerne überhaupt nä Steph Subscribe Ich kann dann Wirklich Wirklich Ich muss noch warum Ich muss noch mal Wirklich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eine absolute Wucht und das ist für mich einer der Top-Titel für die Switch, kontemporär mit, ja, also gehört zu den Top, Top 5, würde ich ganz klar behaupten. Ich freue mich auf mehr, ich hoffe, das Spiel bleibt sich auch in der Zukunft treu und lässt uns nicht allzu lange auf eine Fortsetzung warten. Ich liebe ja allesamt Metroidvania Games und dergleichen, deshalb bitte, bitte mehr davon, von diesem absoluten Top-Titel. Ich werde, denke ich mal, nochmal zurückkehren, wenn wir noch ein paar Raketen finden, hatte zu wenig Raketen am Ende, habt ihr ja gemerkt. Und mal schauen, mich lässt es noch nicht los, ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen und vielleicht auch mal den schweren Modus antesten. So viel sei gesagt, jetzt ist die Folge eh schon durch diesen wahnsinnigen Kampf viel zu lang geworden. Ich bedanke mich bei jedem von euch fürs Zugucken, es war mir wirklich eine große Freude, das Spiel, das Abenteuer mit euch zu erleben, beziehungsweise für viele von euch ja vielleicht zum zweiten Mal an eurer Seite schreitend hier, das zu moderieren. Und ja, mal gucken, wo wir uns wiedersehen. Irgendwo in den fernen Balken des Weltalls, so viel steht fest. Meine liebsten Leute, passt auf euch auf, ihr könntet nochmal liken und kommentieren, wie schlecht ich mich geschlagen habe am Ende. Das könnt ihr nochmal in eine Kommentarzeit reinhauen und das Abon vielleicht auch hinterlassen und Glöckchen aktivieren. Für die nächsten Projekte, es kommt noch, es kommen Bomben, ich sage euch das, richtige, richtige X-Bombs, Super-Bombs, ich bombe euch weg. Aber im positiven Sinne natürlich. So, das sei gesagt, ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.